Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Futur 1 Passiv im Lateinischen genauer an. Dieser wird ins Deutsche als Ich werde geliebt werden übersetzt. Doch um diese Zeit besser zu verstehen, werden wir uns zunächst die Endungen ansehen, daraufhin werde ich dich noch einmal an die fünf Konjugationsformen erinnern, welche wir uns dann anschließend jeweils an einem Beispiel genauer ansehen werden und zu guter Letzt fasse ich dir noch einmal das zusammen, was du unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben solltest. Zunächst die Personalendungen. Diese sind genau gleich, wie auch im Präsenzindikativ Passiv. OR oder nur ER, bei welchem Verb welche Endung benutzt wird, sehen wir uns später an. RIS, TUR und nun der Plural MUR, MINI, NNTUR. Doch zwischen Präsenzstamm und dieser Endung steht auch wie im Futur 1 aktiv noch etwas. Und dabei wird wiederum zwischen zwei Arten unterschieden, zum einen dem BO-BE-BI-BU-Futur und wiederum dem KAMEL-Futur. Doch was das genau ist und welche Verben wozu gehören, sehen wir uns an, nachdem wir uns die fünf Konjugationsformen noch einmal angeguckt haben. So gibt es im Lateinischen fünf verschiedene Konjugationsformen, welche alle ihre kleinen Unterschiede haben. Diese erkläre ich übrigens im Video zu der Bildung des Präsenzstammes genauer. Dies findest du jetzt rechts oben verlinkt. Um den Inhalt kurz zusammenzufassen, bestehen die Konjugationsformen zum einen aus der A-Konjugation, welche auf A-Re endet, die E-Konjugation, welche auf E-Re mit einem langen E endet. Des Weiteren gibt es noch die konsonantische Konjugation, welche auf ein kurzes E plus RE endet, genauso wie auch die gemichte Konjugation. Und zu guter Letzt gibt es noch die I-Konjugation, welche auf I-Re endet. Doch was hat dies nun mit diesen zwei Arten der Bildung zu tun? Sehen wir uns dafür zunächst das Bo-Bi-Bi-Bu-Futur an. Dieses wird für Verben der A- und E-Konjugationen benutzt. Dabei wird zwischen Präsenzstamm und Endung in der ersten Person Singular ein B geschrieben, in der zweiten Person Singular ein BE, in der dritten Person Singular ein BU und bei allen anderen Personen ein BI. Verdeutlichen wir uns dies zunächst an einem Beispiel der A-Konjugation. Amar-Bor, Amar-Beeris, Amar-Bitur, Amar-Bimur, Amar-Bimini, Amar-Buntur. Amar-Bor heißt zu Deutsch, ich werde geliebt werden. Und nun ein Beispiel der E-Konjugation. Mone-Bor, Mone-Beeris, Mone-Bitur, Mone-Bimur, Mone-Bimini, Mone-Buntur. Mone-Bor heißt zu Deutsch, ich werde ermahnt werden. Und nun zum Karmel-Futur. Hierbei steht wie auch im Futur 1 aktiv, in der ersten Person zwischen dem Präsenzstamm und der Endung R ein A und ansonsten bei allen anderen Personen ein E. Verdeutlichen wir uns dies wiederum an einem Beispiel. Zunächst die konsonantische Konjugation. A-Ga, zu Deutsch, ich werde gehandelt werden. A-Geres, A-G-Tur, A-G-Mur, A-G-Mini, A-Gentur. Und nun die gemischte Konjugation. Kapia, zu Deutsch, ich werde erobert werden. Kapi-E-Ris, Kapi-E-Tur, Kapi-E-Mur, Kapi-E-Mini, Kapi-E-Entur. Und zu guter Letzt an einem Beispiel der I-Konjugation. Au-Di-A, zu Deutsch, ich werde gehört werden. Au-Di-E-Ris, Au-Di-E-Tur, Au-Di-E-Mur, Au-Di-E-Mini, Au-Di-Entur. Doch was solltest du nun aus diesem Video unbedingt mitgenommen haben? Und zwar, dass der Futur I Passiv im Lateinischen mittels zwei Arten gebildet wird. Zum einen dem Bo-Baby-Buh-Futur und zum anderen dem Kamel-Futur. Dabei wird beim Bo-Baby-Buh-Futur zwischen Präsensstamm und der Endung des Präsensindikativ-Passivs in der ersten Person Singular ein B geschrieben, in der zweiten Person ein BE, in der dritten Person ein BU und bei allen anderen Personen ein BI. Hingegen steht bei dem Kamel-Futur in der ersten Person als Endung am Präsensstamm ein R und die anderen Personen werden gebildet, indem du ein E zwischen Präsensstamm und der Endung schreibst. Zu guter Letzt musst du dir noch merken, dass Verben der A- und E-Konjugation mittels des Bo-Baby-Buh-Futurs gebildet werden und die Verben der anderen Konjugation eben mittels des Kamel-Futurs. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angeguckt hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank.